Willkommen meine fünf Freunde zu meinem Letzten Victoria 2. Wir schreiben das Jahr 1927. Indien ist eine wundervolle Großmacht. Wir sind Dritter mittlerweile, was die Großmächte betrifft. Und nur 811a. Wir haben wieder eine pazifistische Regierung quasi. Oder zumindest eine... ...nicht... ...eine, wie sagt man... ...antimilitärische oder antimilitaristische oder was weiß nicht was. Ja, wie ihr seht, wir warten darauf, dass hier die faschistischen Rebellen Bunderkant vollkommen einnehmen. Dann werden sie sich hoffentlich lossagen von Großbritannien und wir können auch Bunderkant in Indien aufnehmen. Insgesamt haben wir nicht einmal mehr zehn Jahre Zeit, bis das Spiel zu Ende ist. Ich fürchte fast... Ich fürchte beinahe... Ich könnte... ...warte mal... Ich könnte jetzt ein Klick eingreifen... ...wenn sie da drüber sind. Und... Ich erlede gerade, ob ich dann... Wahrscheinlich könnte ich dann nicht irgendwas verlangen. Aber versuchen werde ich es auf jeden Fall. Ich hoffe einfach, dass Großbritannien irgendwo mal anfängt, doch noch... ...was gegen... ...Tibet zu machen. Und wenn sie das tun, sind wir bereit. Hihihi... Tibet, wir sind nämlich vertraut mit Tibet. Ausgezeichnet. Ich nehme gleich noch mehr rein. Pulver. Schau mal. Die USA könnten auch eingreifen. Ich hoffe, die investieren nicht darin, mich rauszuwerfen aus Tibet. Wir werden in Tibet investieren und versuchen es unter unsere Kandale zu kriegen. Ja, ähm... Wir haben ein ganz klein wenig geschummelt. Da waren nämlich 3.000 Mann und zwar von Orisa... Was habe ich jetzt weggeklickt? Äh, wurscht. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Die habe ich einfach aufgelöst. Und zwar indem ich gesagt habe, dass Orisa demobilisieren soll. Ja, was sollten die in dem Krieg gegen... ...gegen... ...Tibet schon machen. Die dürfen ja noch nicht einmal durch mich durch. Und bis Großbritannien irgendetwas geschickt hat, das davor geht... Naja, Gott. Großbritannien ist so ein Nudel-Aug. Das ist unfassbar. Na gut. Oh nein, mein Kommandeur ist gestorben. Der Arme. Was heißt, du brauchst mich denn einen neuen? Argen schottkulturs. Mir hat die. Hm. Wo ist das, wie? Oh ja. Flugzeug. Usedat hier waren. Das Flugzeug. Ist das hier? Ist das für Kuss. Ja, wir haben Sozialisten an der Macht, ich kann mich wieder erinnern, ich glaube, die habe ich sogar nicht eingesetzt. Okay, ist auch okay, ist auch okay. Das ist, ich werde auch einmal schauen, wie das da ausschaut. Die haben jetzt schon 4% Geistliche, das heißt, die Fokus, wenn wir da entfernen, ist das mit den Facharbeitern, sind nur 9%. Wir werden Angestellte fördern hier. Nein, 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 das sind keine Angestellten. Das sind die Angestellten. Hallo? Ah, wenn ich das gemacht habe, deshalb haben wir doch tatsächlich mehr Angestellte. So, schon einmal 0,3% Angestellte und wieviel Facharbeit? 8,8% mehr Angestellte. Ja, und da werden, da werden wir schauen, dass die noch zu richtigen Provinzen werden, das werden wir schon noch schaffen. Ist nicht mehr so weit. Die ist Amhara, wo ist Amhara? Was ist Amhara? Wo ist das? Auch irgendwo in Afrika? Egal. Ja, wir haben ja da eine weitere Kolonie von Frankreich erobert das letzte Mal. Das heißt, wir sind nicht ganz mehr so modig. Okay, schauen wir mal außerdem. Da mag uns jeder, den mögen wir nicht. Da sind die Beziehungen. Ebenfalls. Da auch. Ich bin jetzt gegen Busland. So, wäre irgendwie schön, wenn sie da irgendwas machen würden. Dazu bräuchten sie aber irgendwie Truppen hier. Es sind da keine Truppen. Naja. Okay. Ah, wir sind noch am. Da schauen wir mal. Jetzt hat noch einmal die Leute ausgehoben. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt langsamer sind als die Rebellen. Die nehmen wir hin schon auf 54%. Ich fürchte nicht. Okay. Die ganzen Toten sind noch gut herumrennen, weil immerhin haben wir gerade eine Monster-Rebellion wiedergeschlagen, eine monster-kommunistische Rebellion. So, wir wollten dann nicht an der Produktion noch weiter, aber... Ja, nein. Wir werden nochmal alle bezusussen. Dann kommen wir da noch ein Glas-Dings rein. Wir haben schon mal was Selon sonst noch so hat, dass es hier eine durchaus große Region... Oh, wir haben Tee und Gummi. Das ist ja nicht schlecht. Gummi, Tee und Fisch. Das gehört gleich auch wieder zu gut. Ah, das gehört auch zu Selon, oder? Ah, das gehört zu Südmengalen. Gummi, Tee und Fisch. Gummi ist gut. Gut, ich glaube, das braucht vier Autos. Fisch. Das muss die Dosenfabrik auch reinbauen. Gut, ich glaube, das muss die Dosenfabrik auch reinbauen. Oh, gut. Hey, Elektro-Teile brauchen Gummi. Oh Mann, Elektro-Teile-Fabrik auch. Achso, warum nicht? So. Dann schauen wir mal. Was haben wir da? Belucci ist da. Aber das sollte ja nicht besser werden, nachdem ich das jetzt unterstütze. Ihre... Wieso ist denn das so wenig? Bist du Ihre? Macht das der Krieg? Okay. Ja. Okay. 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 Wieso ist das hier nicht? Okay. Die Autofabrik Oh, sonst geht das Geld aus, sehe ich gerade Wir sollten die Zeit weiter laufen lassen, wenn wir Sachen kaufen Wir wollten nur möglichst schnell zur Verhaltensforschung und noch Adios bauen können Also auf zur Psychoanalyse Was wir da sehen, mag uns, Österreich mag uns, Dänemark mag uns Der Land hätte ich abständen geklärt Hier schaut das jetzt los Hallo Britten, haben irgendetwas hingekriegt? Null Hallo Britten Könntet ihr da irgendetwas hinschicken, womit es weiter geht Mit dem Krieg, ich will euch nämlich ganz gerne den Krieg erklären Die operative Vernichtungsdoktrin Die Flugzeuge werden stärker Blumen Die Flüttel Das geht in einem dass wir nicht diese Etwa die Flüttel durch und die schmuggelser die südatlantischen rundlaufen ist nicht schlecht russland hier lassen wir durch weil wir schlechter sind wir haben Geld Minus wieso das? wieso das? steuern ja natürlich nehmen wir an den neuen Olympischen Spielen teil das ist noch nicht da so so warte mal warte mal warte mal warte mal Das sind tatsächlich zwei Rebellen gewesen, die ich nicht gesehen habe oder mitgekriegt habe. Wo will Russland durchmarschieren, frage ich mich gerade. Mein Gott. Ich bin nicht so, weil ich will ja auch bei denen immer wieder durchmarschieren. Ah, welche Truppen, die von A nach B sind. Ich sage mal, spinns hier. Wieso lagert es nie so viel schneller als die da drüben? Hä? Ich werde ihn auch mal schicken. Und warum? Nur wenn ich so dumm war und durch dieses Land durchgezogen bin damals. Sehr ärgerlich. Nein. Freunde, wie könnt ihr das nicht tun? Ich sehe ja was. Ägypten hier vorkommen auseinandergenommen. Ja, gut. Kann mir eigentlich egal sein. Ägypten hat mich immer raus. Ja, ja. Ich dürfte es auch bei mir durch. Weil ich nicht zu ihm bin. Obwohl ich ja fürchte, dass nicht alles hergegeben werden wird. Ich nehme mal an, dass Italien Mittelägypten kriegen wird. Ich nehme mal an, dass ich mich nicht zu ihm bin. Okay. Schlimmer waren. So, sagt mir jetzt irgendjemand, warum ich kein Geld mache? Ach gut, das ist ja mein Bestes. Das ist ja nichts besseres als Stumpfus, nur 50.000, nicht wenig. Wo gehst du denn durch? Bleibst du da, 3.000 Mann, aber nicht viele. So, jetzt mal da her. Dann da her, da her. So, hier, da her. So, hier. Ah, das war's halt so. So, ich würde aber trotzdem ganz gerne wissen, warum wir gerade Verlust machen. Das sollte doch eigentlich nichts sein. So, diese 3000, ach, ich weiß schon wieder, wie schon gesagt, wir haben ja kurz für Orisa gespielt und da hat der Computer einfach für uns das gemacht, das war nicht sehr nett von ihm. Vom Computer. Jinghai möchte was erobern. Ja. Versuch. Sichuan. Vieste bei Jaxx. Wo ist mich? Was ist ja nicht mehr geworden? Hm. Hm. Ja, und die Briten schaffen es natürlich noch immer, nicht irgendeinen hier, da rüber zu schleppen. Ah. Von Chinesisch sind schon... ...sind schon mal unsere Reise erobern, naja, ist okay. Soll es sein. Das ist okay. Was? Nicht jetzt. Sollen wir jetzt gehen plötzlich? Yes. Und Verhaltensforschung. Wir haben Psychoanalyse, wir haben den Sigmund Freud geboren, endlich. Was? Ich jetzt? Das ist okay. Oh, das ist eine Tiebe, die sind in unserer Sphäre. Und mehr. Das wird T steeds ... Vielen Dank. Hm. Ich fürchte, ich kann dann keine Kriegsziele hinzufügen, wenn ich Tibet unterstütze in ihrem Krieg. Okay. Ich muss ein 3 zu 2 eingefahren. Können wir bitte ähneln? Ich kann es einmal schicken. So, ich kann es einmal schicken. Ich kann es zurückzahlen, wenn es geht. Und wir können Assam. So, wir werden den Bundesstaat machen. Hervorragend, damit ist ganz Indien bundesstaatlich. Und, äh, wir werden da vielleicht gleich Facharbeiter versuchen reinzuholen. So, wir werden schon einmal... Assam hat, oh, wie unerwartet, Tee. Und, was ist das? Oh, Öl! Shit, was war das? Wir haben doch gleich Träbstoff. So, die Assam ist heute natürlich. Motto und Bilfabrik auch gleich, oder? Naja, ich weiß nicht, was wir machen. Ich denke, die Träte dort, das könnten wir eigentlich... Oah, jetzt habe ich angekommen. Könnten wir eigentlich Schnapsbrenner reinbauen. Ich finde es höher. In der Nähe, auch, die sind schon immer leidmet. So können wir schonmal schauen, wo ich mir schon wieder... Die Morph, werden wir keine Browser verhalten. Oh, das ist mir schon auch, wo ich bin. Hallo, britische Truppen. Gleich hat er es geschafft! Gleich sind die Rebellen durch! 96%! Ich hoffe während des Kriegs funktioniert das. Ja! Go! Repair! Go! Oh, alles so cool! 7%! 8%! 8%! 8%! 10%! 11%! 11%! Okay, auch in den Krieg. Vielleicht ergibt sich irgendetwas lustiges. So, nachdem wir gegen Key, Key wird jetzt Key führen, was ich eigentlich gar nicht will. Nehmen wir mal was. Ah, da gibt es nicht du. Schauen wir uns an. Ja, dann bleibst du sogar vielleicht da. 36.000 Mann, 2x36.000 Mann sollten der Welt rausrechnen. So, da geht's. Und da geht's. Ich schau dir so aus. Ha, 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 ha. Bumblekant ist frei. Es ist frei. Nein. Keinem Krieg. Ha, ha, ha. Zeit Krieg auf einmal ist auch okay. Damit können wir arbeiten. Ausgezeichnet. Oh, so ein Risser. So. Du warst nächstes. Ah, wir sind so böse. Wir sind so böse. So. Oh. Zu schnell. Das war schnell und einfach. Schau an. Ja. Dieser edelnde Fleck ist weg. also soll jetzt keine drohung gewesen sein aber du wirst als nächstes dran kommen so das heißt wir haben zentral indien jetzt voll und nagpur noch immer nicht das ist auch magpur oder das ist nur noch besser das heißt wir wollen basta auch noch damit wir nagpur auch ganz in unserem besitz haben aber zentral indien gehört uns jetzt nicht ganz wir sind großartig okay an dieser stelle wenn wir für heute auf ich wünsche euch noch einen schönen guten abend schlaft gut und etwas schönes bis dann